Willkommen zurück bei Let's Play Brutal Mario. Woher er herkommt. So, Ultima, bla 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 bla. So, hier hat eigentlich drei Moves drauf. Und zwar kann ich einmal hier so ein Herz abfeuern, das freut mich. Und wenn mich das trifft, krieg ich halt einen Hit. So, fängt einfach weg, ganz easy. Krieg ich hin, Whomp. Ich hab immer so ein Strahler-Friend ist aber easy. Easy to, 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 zu, 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 zu sagen. Das Herz auch. Eigentlich kann ich noch nichts. Muss man so sagen. So, jetzt kommt sie wieder runter. Und da muss ich dir auf den Kopf springen, oder sie küsst mich. Und ich habe ein Problem. Wie das so ist. So, gut. Aber wenn ich so treffe, ist alles gut. So. Immer so frech, mach jemand einen Safe State. Ja, siehst du, der ist echt. Okay. Okay. Wenn ich mich wie ein Duschback falte, dann trifft sie mich schon. Oh. Okay. So, ähm. Und zu spoilern. Der Kampf wird gleich noch ein bisschen schwerer. Das ist jetzt wahrscheinlich schon ein Spoiler, aber. Ähm. Ja, kann man festhalten. Der Kampf wird gleich schwerer. So. Äh. Wie konnte ich mich denn grappen vorhin? Das macht ja, macht ja keinen Sinn. Irgendwie. Oder? Na, das war dumm. Das war jetzt einfach nur dumm halt. Das war jetzt einfach nur dumm halt. Das war jetzt einfach nur dumm halt. Ha. So, noch einmal auf den Kopf springen glaube ich. So, komm her jetzt. So, entspende. Spring. 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 Oh man, da kommt ja echt noch viel. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel noch dazwischen ist. Und auf den Kopf. Sie ist ein Power Ranger. Und feuert deutlich krasser ab. Abis sind immer noch gut auszuleichen. Wenn man nicht pennt. Oh, der Move ist wichtig. Da, wo ich stehe, kommt dann so eine... Oh nein. Komm, also... Da, wo ich stehe, kommt dann so eine blaue Säule hoch. In den Radius und dies nicht ungefährlich. Ich war auch noch am überlegen, wo es her ist, dass ich meine... Hallo, komm, so und so. Hallo. Danke. Meiner Vermutung nach ist die aus Final Fantasy, würde ich sagen. Aber Angaben ohne Gewehr. Weil ich da echt keine Ahnung habe. So, trifft mich jetzt nicht. Und die kann sich hochhalten. Deswegen fliegt die auch runter. Wenn die runterfliegt, dann ist die Chance sehr hoch, dass die gleich so ein weißes Licht kommt und die sich hochhalten. Und das will ich auf jeden Fall... Vermeiden. Das Licht. Ja, sorry, dass ich es jetzt benutze, aber ich weiß, dass da noch mehr kommt, dass da echt noch krassere Bosse kommen. Deswegen verzeiht mir jetzt. Ich will auf jeden Fall auch was vom Spiel zeigen. Und da müssen wir auch mal ein bisschen kompromissbereit sein. So. So, noch zweimal springen, glaube ich. Und dann haben wir es. Kommst du noch mal runter? Nee. Schade. Wusste ich doch. Ah, nur einspringen. Sehr gut. So, soviel dazu. Und ins nächste Level. Wunderschönen Hintergrund. Den lieb ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe den Hintergrund. Der ist super. Jo, jetzt geht es hier hoch. Und rein entschluss. Fans werden jetzt wahrscheinlich, äh, hoch... total begeistert sein, wie es erkennt. Ich war mir uneinig, wo das her ist. Obwohl es ja wahrscheinlich offensichtlich ist. Also, theoretisch müsste es ja irgendwie... So, hier geht es rein. Ob man es nicht aussieht. Also, wir haben eine Lebensanzeige. Jo. So, wir fliegen mal über die Gegner drüber. So, hiermit können wir unsere Lebensanzeige auffüllen, wenn wir die einsammeln. Und kriegen außerdem noch eine Feder. So. So, okay. Haben wir irgendwas geschafft? Und der Boss hier, der ist echt hart. Wirklich echt, echt hart. Unfassbar. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder was übersprungen habe für euch, aber der Boss hier, der ist mega hart. Unfassbar hart. So, fliegen wir hier mal hoch, Superman-like. Weil da ist eine Tür unter uns. Und die können wir eben nur öffnen. Dann will ich hier vorher gleich so einen kurzen Zwischenboss besiegen. So, die Dinger hier sind jetzt alle blau. Ich denke, das hat sich getriggert durch den... ...Boss kommt gerade so, hier rein. Schwenk. Wenn wir jetzt hier den platt machen, der aber einfach ist. So. Hier war ja kein Gegner. Weiter geht's. So, das Telefon hat geklingelt. Aber ich war zu langsam. Quasi. Quasi trifft es gut. Ich war zu langsam. Kann man, glaube ich, festhalten. Kann man, glaube ich, auch in meinen Lebenslauf dann rein treiben. War zu langsam. So, schwenk in Ruhe. Fliegen ein bisschen mal über euch. So. Und hier rein. So, jetzt können wir da rein. Ihr konntet mir vorher nicht rein. So, kaputo. Kaputo. So. Hier sprinten wir mal ein bisschen Speedrunen-mäßig durch. So, sehr gut. Und wider. Das wird jetzt unangenehm. So, mit Way. Ist ein wichtiger mit Way-Punkt. Der Boss ist hart. Ich glaube, kein Plan, wie er gehen soll. Der ist echt mega hart. Also, die, die jetzt noch nicht. Die ist noch easy. Die ist wirklich noch easy. Aber das, was danach kommt, ist echt hart. Das ist so viel, kann ich sagen. Die jetzt, die ist eigentlich... Die kann ich auch schaffen, wenn ich immer einen Hit kriege von der... Da ist noch ein bisschen... Das ist eigentlich... Das ist einfach... Das ist ein bisschen... Das ist einfach... Das ist einfach... Das ist einfach... ich gleich nein nicht bei mir treffer beim gegner schwenk 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 dann kommt gleich ein zweites herz raus so da ist es und dann hat es noch einmal auf den kopf springen und dann war es das glaube ich kommt lässig sollte noch dort noch einmal okay einmal noch so ein ist auch noch gespannt werden was bedeutet das dass ich langsam bin aber ich muss hier nur einer treffen und das ist möglich wenn ich es richtig teilen so das haben wir haben wir sie gelegt ich habe schon den ersten auftrag du kannst nur das spiel spielen wenn du selbst steht benutzt ist der fall ich will euch den boss hier zeigen diesen kann ich springen dann kann ich drüber fliegen okay so war das nicht geplant hat das spiel der wohl verstanden dass ich schummeln wollte so weit schon gleich der wusste kommt der ist echt schwer da habe ich immer noch kein plan wie er auch gehen soll er ist irgendwie sehr ausgefallen immer oben rum das ist der weg ansonsten schickt er mich frecher weise wieder zu zum anfang wenn der sprung blitz so das video ist immer ein bisschen vor ich weiß für euch wahrscheinlich doch aber ich habe es halt schon gesehen und ich kann dazu nicht sagen ich meine davon bewegen sich der hintergrund sieht wunderschön aus wirklich wunderschön aber jetzt erstmal so blind springen wie nur möglich und so stark landen wie nur wirklich so geschafft okay jetzt sind wir langsam da wo es spannend wird hier darf ich keine kassieren sonst kann ich das selber gleich glaube ich ganz vergessen im bus also hier ohne hit rauskommen dann ist der boss wirklich nur die ist sehr nervig sie ist sehr nervig und auch ein bisschen klettenhaft sie ist sehr klettenhaft dann kommt da unten das ist noch weiter mit nach unten kommst du es ist gefallen sehr gut wird sie das jetzt nicht wieder da sein durch den platz machen ohne zu kassieren das hast du davon das ist wirklich jetzt wichtig das war vielleicht der wichtigste kill überhaupt um eine chance chance zu ermöglichen spiele noch mal sehr gut einfach schnell handeln oh gott ich bin nicht bereit dafür ich bin nicht bereit dafür ich darf nicht wenn ich eine erste phase von schaden krieg kann ich eigentlich schon vergessen weil es ist wieder liegt wieder nahe das noch eine zweite phase hat also das zählt jetzt nicht einfach nur wieder ein anderes angriffsmuster dann kann ich keine solle ich begrüße das hier schaden ich werde echt durch selbst mal anders habe ich es nicht da ist mein skill level einfach nicht hoch genug müssen müssen wir akzeptieren weil was nicht geht das geht einfach nicht ich werde es so machen die nächste phase wird so hammerhart dadurch ist kein schnittsort ist die steuerung umgedreht dritte steuerung ist mies okay die phase ist mies da kann ich kein schnittsort kein plan kommt schon direkt zu viel treffe das hier ist ja ihr werdet sehen dass das gut auf korrekt ist ich darf hier echt nichts passieren das möchte ich mich jetzt hierhin kauer ich habe ich hinkauern unter mir letztendlich nein jetzt musst du okay das muss dann raus ich kann es nicht mal haben ist natürlich aussehen blasen so noch ein treffung zu viel kassiert zu viel passiert ihr werdet sich sehen gleich die nächste phase vielleicht nächste phase mit so krass wirklich krass unfassbar okay los geht's gehen wir es an oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich darf ich darf hier nichts kassieren nein das ist aber richtig ich muss nicht darauf kopf springen mit dem schwert da habe ich den gebrauchten so rauszufinden und als ich herausgefunden war es auch nicht viel besser die solchen da ausweichen da gibt es doch kein muster was okay okay cool 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 entdecken den bus zusammen nicht noch mal nicht noch mal nein okay okay ist jetzt nicht gedacht der linke stampft jetzt und jetzt kommt das schwert wieso ist das richtig gemacht der linke stampft jetzt und jetzt kommt das schwert so wie die hand ganz oben sprich dann nein ich muss dann die hand oben ist und irgendwas vergangen ist oder was der ist machbar so jetzt nichts krasses mehr kommt ist der machbar wir kriegen so jetzt kommen die ponys noch mal dummer hits ein dummer jetzt kommt zurück aber wenn es das mehr ist schön schönes ding schönes ding nein steuer ich beide können beide schaden kriegen und dann beide können schaden kriegen geschafft irgendwie irgendwie geschafft danke selbst danke selbst jetzt noch massig leben das dürfen nicht vergessen so kommt stammt jetzt der finger oben und dann wird man nicht oben hat aber kaum schaden gemacht aber jetzt weiß ja noch okay okay jetzt wird's mies jetzt jetzt richtig muss die phase ist lieber als die eisphase ganz ehrlich die eisphase ist unfassbar ist der finger oben wird man nicht loben was kommt jetzt was kommt jetzt ja was machst du jetzt kenne ich schon das ist jetzt eine polise und spiel das kenne ich auch schon jetzt kommt ja 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 einmal doch komm schon gut 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 ich glaube ich habe auch noch einen nur noch leben für eintreffer kommt schon kommt schon jetzt schaffen wir dieses überviech oder ist in andere richtung gegangen nein ok gut 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 finger 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 kassierig denn nicht nein ich darf nichts kassieren ja danke safe states ohne euch diesen boss nie im leben geschafft mein skill ist einfach nicht gut genug dafür ok ok ja Und das ist nicht mal der finale Boss. Das ist nicht mal der finale Boss, Leute. Das ist einfach nur irgendein Boss gewesen. Oh mein Gott, Safestate 88, ja, wie passend. Okay, ähm, ich hab echt spitzige Finger jetzt. Ich hoffe, wir sehen uns gleich nochmal im nächsten Part. Also bis morgen, 3 Uhr. Ciao. Bowser willkommen, falls Bowser-Bottagegeber ist.